Es wird mir alles bewusst, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich wollte einfach so in den Tag starten, das haben wir schon vorgenommen, dass ich jeden Moment noch, jedes Erlebnis, jede Minute mit den Mädels genieße. Das habe ich geschafft, ich habe einen Platz, also ich habe vorgehabt, einen Platz wirklich alles zu geben. Dense hat einen Moment, ich glaube, für jede Spielerin, für jeden Zuschauer, der heute im Stadion war und emotional war es. Wenn man mit einem Menschen sieben, acht Jahre einen Weg geht, gemeinsam, sportlich, dann ist das schon sehr sentimental und ein trauriger Moment, aber andererseits beginnt sie wieder einen neuen Abschnitt und für das wünsche ich alles Gute.